Verschwenden wir keine Zeit und stützen uns direkt in diesen Test der besten VPNs mit den echten und harten Fakten. Das beste VPN sollte nicht nur eine hervorragende Sicherheit bieten, sondern auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb werfe ich jetzt sofort zuerst einen Blick auf CyberGhost und NordVPN in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Preise von NordVPN liegen so ziemlich im Branchendurchschnitt, wahrscheinlich sogar auf der günstigeren Seite, wenn du einen Langzeitvertrag abschließt, denn mit einem 2-Jahre-Tarif sparst du wirklich einen Haufen Geld. Und CyberGhost VPN ist eines der günstigsten VPNs auf dem Markt und hat neben dem Preis noch weitere Vorteile. Du kannst es auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig nutzen, egal welchen Tarif du wählst. Außerdem gibt es eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie, die damit viel länger ist als die der meisten anderen Anbieter. Okay, wenn man also rein den Preis betrachtet, ist CyberGhost die günstigere Option, aber es gibt noch andere Faktoren, die darüber entscheiden, welcher Anbieter ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. NordVPN bietet zum Beispiel einen fortschrittlicheren Schutz vor Malware und hat generell mehr Funktionen am Start, aber dazu später mehr. Nur ganz kurz, wenn du noch mehr Geld sparen willst, schau dir unsere exklusiven Links in der Videobeschreibung unten an, um die aktuellsten VPN-Deals zu erhalten. Jetzt, wo wir die Preise im Kopf haben, sollten wir uns mal die Sicherheitsfunktionen ansehen. Welcher Anbieter ist sicherer? CyberGhost VPN oder NordVPN? Tja, beide nehmen die Sicherheit auf jeden Fall sehr ernst und sind sicher in der Nutzung. Aber was macht sie vertrauenswürdig? Zunächst mal verwenden sie beide eine ähnliche Verschlüsselung gemäß dem goldenen Standard. CyberGhost arbeitet wie auch NordVPN mit reinen RAM-Servern, was bedeutet, dass die Daten bei jedem Neustart des Servers gelöscht werden und somit nicht wiederhergestellt werden können. Außerdem verfügen beide über eine Kill-Switch-Funktion, eine fortschrittliche Sicherheitsmaßnahme, die verhindert, dass deine Daten ins Internet gelangen. Sie blockiert den Internetzugang, wenn sie Verbindungsunterbrechungen, unsichere Verbindungen oder unerwartete Geschwindigkeitseinbrüche feststellt. Wenn du also ein VPN mit aktiviertem Kill-Switch verwendest und deine Verbindung abbricht, ist es sehr wahrscheinlich, dass das absichtlich passiert ist, um zu verhindern, dass du enttarnt wirst. Außerdem finde ich gut, dass ich diesen beiden Anbietern vertrauen kann, wenn es um den Datenschutz geht. Beide haben sich unabhängigen Audits unterzogen. CyberGhost VPN wurde von Deloitte geprüft, die bestätigt haben, dass ihre Zero-Log-Richtlinie tatsächlich rechtmäßig ist. Und NordVPN hat gleich mehrere Audits durch Dritte bestanden. Die Logging-Richtlinie wurde von PricewaterhouseCoopers und kürzlich auch von Deloitte geprüft. Außerdem führte die Agentur Versprite Penetrationstests der Anwendungen durch, um alle potenziellen Schwachstellen ausfindig zu machen, während Cure53 auch Konfigurationen, Services und Frameworks analysierte. Bei der Betrachtung des Datenschutzes dieser Anbieter ist natürlich auch ihre Gerichtsbarkeit wichtig. CyberGhost hat seinen Sitz in Rumänien, einem der datenschutzfreundlichsten Länder in Europa. NordVPN hingegen untersteht der Rechtsprechung Panamas, das keine datenschutzbeschränkenden Gesetze hat. Also scheint bei beiden Anbietern alles bestens zu sein. Naja, nicht ganz. CyberGhost ist im Besitz von Cape Technologies, das früher unter dem Namen CrossRider bekannt war und Malware verbreitete. Ich kann zwar nicht sagen, dass sie immer noch schabernackt treiben, was das angeht, aber ihre dunkle Vergangenheit kann verständlicherweise ein paar Vertrauensprobleme verursachen. Vor diesem Hintergrund muss sich NordVPN zum Sieger in der Kategorie Datenschutz und Sicherheit küren. Okay, als nächstes kommen wir zu den Funktionen. Beide Anbieter haben hier ordentlich was zu bieten, aber fangen wir mit den Funktionen an, die sie gemeinsam haben. Zunächst mal haben NordVPN und CyberGhost spezielle Server im Repertoire, die für bestimmte Vorhaben bestens geeignet sind. CyberGhost hat zum Beispiel extra Server für Streaming, Gaming und Torrenting. Mit den Streaming-Servern konnte ich auf verschiedene, sonst schwer zugängliche Medien-Streaming-Plattformen zugreifen. Gaming-Server haben die geringste Latenz und die Torrent-Server unterstützen P2P-Verbindungen. Es gibt darüber hinaus eine eigene Kategorie mit den hauseigenen No-Spy-Servern, die allerdings extra kosten und nicht im Basis-Abo enthalten sind. NordVPN macht es etwas anders und kategorisiert seine Spezial-Server nicht in Entertainment-Typen. Der DoubleVPN-Server kombiniert zwei separate VPN-Server-Verbindungen für mehr Privatsphäre im Internet. Es gibt außerdem ein Onion-Over-VPN-Setup, das deine Verbindung erst durch einen VPN-Server und dann durch mehrere zufällig ausgewählte Knotenpunkte leitet, bevor das gewünschte Ziel überhaupt erreicht wird. Verschleierte Server verbergen dann noch die Tatsache, dass du überhaupt ein VPN benutzt. Denn bekanntlich schränken einige interne Netzwerke, Internet-Service-Provider und sogar ganze Länder ja die Nutzung von VPNs ein. Mit verschleierten Servern kannst du diese Beschränkungen umgehen. Also, ja, NordVPN bietet etwas mehr Vielseitigkeit bei seinen Servern. CyberGhost hat dafür aber eine größere Anzahl von Servern und Server-Standorten im Angebot. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass beide Dienste über eine eigene IP-Option verfügen, die du allerdings separat erwerben musst, um auf sie zuzugreifen. Mit dieser einzigartigen IP-Adresse ist es wahrscheinlicher, dass du nicht auf Sperrlisten landest, da du definitiv der Einzige bist, der sie einsehen kann. Das habe ich vor allem für meine Online-Banking-Aktivitäten als nützlich empfunden. Wenn du ein VPN benutzt, kann es zu Unterbrechungen kommen, falls die Bank deine Verbindung für verdächtig hält. Die Dedicated-IP hilft mir in diesem Fall, das zu vermeiden und trotzdem geschützt zu sein. Mit CyberGhost kannst du deine dedizierte IP in 10 verschiedenen Ländern erhalten, während NordVPN 15 verschiedene Länder anbieten kann. Aber fairerweise muss man auch dazu sagen, dass CyberGhost weniger für diesen Service verlangt. Um das Surfen sicherer zu gestalten, können beide ihre eigenen Versionen von Web-Filtern anbieten. Die Version von NordVPN heißt Threat Protection. Sie schützt mein Gerät vor schädlichen Websites, Softwares, Trackern und sogar Werbung. Es ist zwar kein vollwertiger Virenschutz, aber er kommt dem schon recht nahe, da zum Beispiel auch meine heruntergeladenen Dateien scannt. CyberGhost hingegen nutzt die DNS-Filterung, um die Suchergebnisse auszusortieren. Die Funktion nennt sich Content-Blocker, aber es gibt hier noch weitere Funktionen, um bösartige Websites und Tracker zu blockieren. Das mag sich alles erstmal toll anhören, aber leider war ich mit der Fähigkeit, Werbung tatsächlich zu blockieren, in diesem Fall nicht wirklich zufrieden. Okay, und wie sieht es mit exklusiven Funktionen aus? Haben diese Anbieter etwas Einzigartiges zu bieten? Naja, von CyberGhost lässt sich das nicht wirklich behaupten. Es gibt Smart-Rules-Optionen, mit denen ich CyberGhost automatisch anpassen kann. Dadurch können verschiedene Apps getriggert werden oder CyberGhost dazu bringen, sich mit einem bevorzugten Server zu verbinden, je nach deinen Bedürfnissen. Aber das ist nichts, was NordVPN nicht auch bieten kann. Auf der anderen Seite hat NordVPN einige weiterführende Exklusivitäten. Während CyberGhost SmartDNS anbietet, hat NordVPN seinen eigenen Ableger SmartPlay, mit dem ich auf geografisch gesperrte Websites zugreifen kann, die kein VPN unterstützen, wie zum Beispiel bei Konsolen oder SmartTVs. Außerdem fügt NordVPN seinem SmartDNS eine Verschlüsselung hinzu, die die Nutzung sicher macht. Eine weitere Funktion, die ich sehr nützlich fand, ist das Dark Web Monitoring von NordVPN. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die das Dark Web ständig auf Datenlecks oder Verstöße in Bezug auf meine E-Mails überwacht. CyberGhost hat so etwas nicht. Wenn wir über Funktionen im Allgemeinen sprechen, muss ich schon ganz klar aussprechen, wie es ist. NordVPN stellt CyberGhost einfach in den Schatten. Es hat nicht nur mehr Funktionen, sondern die Funktionen sind auch einfacher zu bedienen und zusätzlich gibt es sogar noch Anleitungen auf der Website. Alright, ein guter VPN-Test sollte ja auf jeden Fall auch einen Blick auf die Leistung werfen. Als nächstes wollen wir also die Geschwindigkeiten dieser beiden Anwärter auf das beste VPN vergleichen. Dazu habe ich eigene Geschwindigkeitstests zwischen CyberGhost und NordVPN an vier verschiedenen Orten rund um den Globus durchgeführt. Hier in Deutschland erwies sich NordVPN als etwas schneller. Wenn du beide Ergebnisse mit meinem Ausgangswert vergleichst, mag der Unterschied auf den ersten Blick recht deutlich erscheinen, aber während des Surfens spürt man den Unterschied gar nicht so eindeutig. Als ich mich mit Servern in Großbritannien verbunden hatte, waren die Geschwindigkeiten der beiden VPNs ungefähr gleich. Als ich mich dann mit weiter entfernten Server-Standorten verbunden hatte, sanken die Geschwindigkeiten nochmal, aber diese Ergebnisse sind immer noch ausreichend zum Surfen oder sogar zum Streamen. Die Ergebnisse von CyberGhost waren wirklich solide, aber NordVPN ist tendenziell sogar noch etwas schneller, vor allem wenn man weit entfernte Server nutzt. Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass NordVPN die Nase auch vorn hat, wenn es um die Leistung geht. Das mag vielleicht etwas überraschen, da CyberGhost mehr Server im Repertoire hat, aber ich vermute, dass der Unterschied hier im Nord-Lynx-Tunneling-Protokoll von NordVPN liegt. Es hat zwar eine sehr ähnliche Architektur wie WireGuard, das CyberGhost verwendet, aber es hat sich eben einfach als etwas schneller erwiesen. Also, NordVPN und CyberGhost gelten beide als großartige VPN-Optionen für das Streaming ausländischer Inhalte, so viel steht fest. CyberGhost hat mehr Server an mehr Standorten, während NordVPN die Smart-Play-Funktion hat. Beide haben also ihre Vorteile und wenn es um Streaming geht, kann eine große Serverflotte hilfreich sein, für den Fall, dass bestimmte IPs gesperrt werden. Und eine größere Anzahl von Ländern gibt dir logischerweise auch automatisch Zugang zu mehr geoblockierten Inhalten, oder? Zumindest theoretisch sollte das so sein, aber bei mir im Test war das leider nicht wirklich der Fall. NordVPN hat es letztendlich sogar geschafft, mehr Beschränkungen zu umgehen. Ich will damit aber auch nicht sagen, dass ich mit CyberGhost schlechte Erfahrungen gemacht habe. Mit beiden Diensten konnte ich die exklusiven Inhalte in Großbritannien, Japan und vielen anderen ausländischen Standorten erreichen. Außerdem gab es bei beiden keine Probleme mit nervigen Pufferungen. Sehr schön. Insgesamt kann ich also beide Anbieter für das Streaming empfehlen. Wenn ich mich aber für einen entscheiden müsste, würde ich NordVPN wählen, weil ich summa summarum einfach auf mehr Bibliotheken zugreifen kann. Aber lasst uns auch noch schnell auf ihre Torrent-Fähigkeiten zu sprechen kommen, denn ich weiß, dass es viele von euch gibt, die VPNs genau dafür nutzen. Sowohl NordVPN als auch CyberGhost haben spezielle Server für P2P-Verbindungen im Angebot. Bei NordVPN gibt es in den meisten Ländern neben den regulären Servern auch P2P-Server, sodass ich viele Optionen habe, wenn ich den nächstgelegenen für mich finden möchte. Ich kann Torrent-Verbindungen sogar auch auf Standard-Servern nutzen. Sobald der Torrent-Verkehr jedoch erkannt wird, werde ich sofort wieder mit einem P2P-kompatiblen Server verbunden. Genau wie NordVPN hat auch CyberGhost einen eigenen Tab für Torrent-Server, auf dem ich sie nach Entfernung zu meinem Standort filtern kann. Ich fand hier direkt mal die Bedienung ziemlich intuitiv. Selbst für Anfänger sollte es kein Problem sein, sich in der App schnell zurechtzufinden. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass die Download-Geschwindigkeiten bei den Tests nie über 40 Mbit lagen. Sie scheinen also irgendeine Art von Drosselung zu verwenden, um die Bandbreiten Kapazität ihres Servers zu schonen. Da ich beim Torrenting mit NordVPN keine Drosselungsmaßnahmen ausfindig machen konnte, ist es der Sieger auch in dieser Kategorie. Oh und ganz kurz nur noch eine Sache, bevor ich diesen NordVPN vs. CyberGhost Test 2023 abschließen werde. Wenn du Inhalte wie diesen hier magst und dabei helfen willst, bis Ende des Jahres 5000 Abonnenten zu erreichen, dann abonniere gerne unseren Kanal und bleibe über alle News und Reviews auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Mitmachen. Alright, das war ja also mein Vergleich zwischen CyberGhost VPN und NordVPN. Obwohl beide Anwärter auf das beste VPN eine solide Wahl sind, habe ich in diesem Fall eine Entscheidung getroffen. Wenn es um ein hohes Maß an Sicherheit, Datenschutz, schnelle Geschwindigkeiten und Funktionen geht, ist NordVPN der beste Anbieter und daher mein Gewinner in diesem Vergleich. CyberGhost ist und bleibt aber immer noch eine sichere und günstige Wahl. Das war's von mir, eurem Host Fabi mit diesem NordVPN und CyberGhost VPN Review und wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.